welcome back friends willkommen leute und willkommen zurück in die zukunft zum dritten teil der episode it's about time ja wir sollen hier nicht großartig rumlaufen wir müssen mal weitergehen wir haben vom doktor nämlich eine telefonnummer von seinem alten ich bekommen wir befinden uns hier im jahre 1933 und jetzt müssen wir erstmal zu holen ja toll jetzt müssen wir hier wieder rum wir müssen erst mal zusehen was wir das alte ich bekommen das alte ich erstmal anrufen können wegen dieser geschichte des raketen betriebenen bohrers ja deswegen sollten wir mal hier in diese suppenküche gehen mal schauen was uns da erwartet ich mache mich fly Biff? KID! Grandpa? Das ist Mr. Tanen zu dir, Artie. Was machst du hier? Na gut, ich war ein bisschen hungry, so ich dachte, ich würde hier kommen für ein bisschen frische Süpe. Ich dachte, ich würde hier kommen für ein bisschen Süpe. Denkst du, McFly! Die D.A. ist verletzt, wie Babe Ruth. Ich glaube, Ruth ist nicht mehr so ein Pizzer. Shut it! Wenn eine dieser Spizzerne in die Handen meiner Nummer-Cruncher dann wäre ich ein ganzes Problem. Ich könnte sogar auf die Riebe. Du solltest das nicht, würde ich? Würdest du? Uh, nein, natürlich nicht, KID. Okay, das ist besser. Was machst du, Punk? Bleib deine Augen auf die Süpe, KID. Also? Also, was? Was du hier noch machst? Entschuldigung, KID. Ich werde einfach zurück nach der Riebe. Du solltest das. Und McFly. Ja? Das hat ist zu flaschen. Du solltest mich auf das halten lassen. Oh. Jetzt schreit! Du hast es, Boss. Und nicht raus, bis ich dir das alles klar. Ich versuche, wenn sogar einer von dir Mooks 2 plus 2 ohne deinen Fingern hätte, hätte ich diesen Wimpf in die Riebe. Hey! Auf jeden Fall. Ich werde mich selbst irresistbar machen. Lasst nicht jemanden die Shoppe anbauen, während ich weg bin. Also, wer den Film kennt, gesehen hat, weiß, wovon ich rede. Alter, so, jetzt gucken wir mal, wer ist er hier? Den haben wir ja schon angesprochen. Den sollen wir in Ruhe lassen. Jetzt gehen wir ihn telefonieren. Okay. Das heißt also, im Gericht arbeitet der, der Young Emmett Braun. Und dann gucken wir mal. Das werden wir also erst mal unseren alten Doktor mal berichten. Der schließlich im Knast ist. Und wo ist der Knast? Ich glaube, da vorne. Subkitchen, yes, it is. Na, die Steuerung ist ein bisschen hakelig, aber wir werden mal den Doktor rufen. Ich hab meinen Großvater gesehen. Wenn die Geschichte so aussehen wird, wird er bald aus der Kitanin' Hand sein. Und frei, um seine Leben zu leben, als eine schuldige Begründerin mit deiner Großvater. Was war ihr wieder? Sylvia. Genau, Sylvia. So, what are you doing in jail? Immer fragen, was er hier im Knast macht. Ha, also, er war in der Nähe. Dieser Kneipe, dieses Speakeasy, dann gab's eine Explosion und irgendwas hat ihn am Kopf getroffen. Und er wachte dann halt eben hier im Gefängnis auf. Fragen, wo er gewesen war vorher. Ich weiß nicht, dass ich dich erinnert habe. Ich erinnert mich auch, Marty. Aber ich dachte, es war wichtig, dass du dein eigenes Leben für ein paar Zeit lang leben lassen lassen. Frei von der Insanität des Zeitraffens. Ich kann es sagen, es war schön, meine Familie-Historie nicht in meinem Gesicht für ein paar Monate zu haben. Besonders, ich war beschäftigt, dass ich meine eigenen unpredictable Teenager habe. Also, according to the British guy on the phone, you're working at the courthouse. Of course. In the summer of 31, my father made me work at the junior clerk. That doesn't sound like any fun. I hated every minute of it. My father was, oh, strict. In any event, you should head over to the courthouse right away and introduce yourself to me. Ja, dann gucken wir mal eben. Fragen wir auch ein bisschen familiäres nach. Oh, was das geil. Oh, war das geil. Jules and Vern. Da fehlt das E bei, Vern. Also, seine Kinder aus 1888. So, jetzt müssen wir mal fragen, was mit dem DeLorean ist, weil der ja eigentlich im dritten Teil des Filmes von einem Zug überfahren worden ist. Fragen wir ihn mal einfach mal. Woher kommt der DeLorean? Die letzte Mal, als ich ihn sah, wurden von einem Tränen zerbrochen. Das ist eine fantastische Geschichte. Do you remember when the DeLorean got struck by lightning in 1955? Ja. Unbeknownst to either of us, the lightning produced a temporal duplicate of the time machine, one that was tossed 70 years into the future. What? I found out about it during a trip to 2025 and recovered it just in time to stop Griff Tannen from vandalizing the time stream. Heavy. So, that DeLorean... It's for all intents and purposes the exact same machine as the original. Plus or minus little bells and whistles I've added over the years, of course. Ha, klasse. Also im dritten... Nee, das war im zweiten Teil, glaube ich, wo der Blitz in den DeLorean einschlug. Genau richtig, als der Biff den Time Almanac... Quatsch, den Sports Almanac geklaut hat. Und es gab ein Duplikat von dem DeLorean. Und ist dann wieder aufgetaucht. Ähm, so, da fragen wir ihn mal, was er eigentlich in dieser Zeit macht hier. So, what were you doing in 1931 anyway? Oh, nothing terribly exciting. Indulging in a little personal nostalgia. Picking up a few rare out-of-print books to surprise Clara on her birthday. Solving a historical mystery or two. The usual. The usual? You lead a pretty unusual life, Doc. It's a unusual universe, Marty. Ach, herrlich. Diese Konversation ist klasse. So, was haben wir denn noch? Ähm... Ja, genau richtig. Das Time-Display ist ja kaputt. Fragen wir mal. Ich liebe dich, Doc, aber dein letzte Time-Departed-Display ist auf der Fritz. Es ist? Also, wie hast du mich gefunden? Ich habe eine von Edna Strickland in den DeLorean. Wie hat eine von ihr Strickland in den DeLorean? Einstein hat es von ihr. Er hat es? Wie verrückt. Indi hat fast immer Menschen attackiert. Nicht ohne eine gute Grund. Ja. Das war auch sehr aufschlussreich für den Doc. Ja, okay. Ähm, jetzt fragen wir mal, warum er eigentlich ein Buchhalter ist im Gericht. Was macht ein Law-Klerk irgendwie? Horrible Papier-Schruffling-Taste. Aber das ist unimportlich. Geh dich selbst in die Kurthaus und find mich. Ja. Also. Hang in there, Doc. Ist hier übersetzt worden, ähm, ins Deutsche wirklich schrecklich und, äh, hier haben wir ja einen Witz gehört, also eine Doppeldeutigkeit und in der deutschen Übersetzung, nee, ist es wirklich nicht lohnenswert, das zu spielen. Jetzt gucken wir mal. Gehen wir mal zum Gericht. Ups. Das war ein Auto. Das wird hier drüben sein, denke ich mal. Ach ja, okay. Ein bisschen schwierig, die Steuerung. Ich mach's über Cursor-Tasten. Äh, ja. Oder ich mach's mit der Maus. Und dann seht ihr hier den Pfeil. Und wenn ich Shift drücke, dann kann ich rennen. So. Jetzt müssen wir mal hier rüber gehen. Und gucken wir mal. Ups. Das sind sehr sensibeltes Dokumenten. Niemand ist supposed zu handeln, aber die Begründer der Korte. Papa, äh, ich meine, Judge Brown sagt so. Judge Brown? Doc. Äh, nice to meet ya. Ich bin Michael, äh, Corleone. Emmett Brown. Aber ich bin ein Law-Klerk, nicht ein Doktor. Jetzt bitte, komm aus meinem Weg. Ich habe wichtige Geschäftsführer, um zu transaktieren. Das ist ja interessant. Er redet genauso wie der alte Doc. Sag mal gucken, vielleicht können wir ihn mal aufhalten, irgendwie. Hey, 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 hey. Listen, Emmett, you don't know me, but I'm your friend. I'm not big on friends. They get in the way of work. What's this important business you're up to? It's a legal matter. Very complicated. Very abstruse. I need to obtain five sets of initials on every copy of this writ of indemnification before Pop... I mean, before Judge Brown can even think of granting a waiver to the party in the first part. You have no idea, what it's about, do you? That's how important it is. So, Emmett, what time are you through with work? Depends. On weeknights Pop sometimes keeps me in the office till nine. Nine in night? But today's Saturday. Right. So I probably won't get off before ten. Also, sein Vater arbeitet auch im Gericht, deswegen Pop. Also, P.O.P. Mal gucken, ob er nicht irgendwie früher Feierabend machen kann. Gucken wir mal eben. Mal gucken. Er hört sich sehr ängstlich an. Sounds like you're a little scared of your father. Scared of my father? Pop is the most learned, just, incorruptible judge that Hill Valley has ever seen. The only people scared of Judge Brown are people with a dark secret to hide. And I don't have a dark secret to hide. Come on, Doc. Emmett, drop the legal legal act. I got something more important for you to do. Mr. Corleone, I'll have you know that the law is the very mortar that holds society together. And we in the legal profession are like brick masones building the edifice of the future. Did your dad tell you that? Every morning. Also, Ähnlichkeiten sehen wir hier eindeutig. Ähm, jetzt sprechen wir mal an auf die, auf die Brummaschine, auf die Paketenbetriebene. Listen, I understand you're working on a new invention in your lab. Invention? You must have me mixed up with somebody else. I'm in law. I have absolutely no interest in science. So, er leugnet also seine Hobbys oder was oder wie oder wie oder was. Das glaube ich ja nicht. Also nochmal hin. Los, komm. Come on, wait up a minute. You again? Can't you see, I'm busy? Okay. No, nee. Äh, äh, äh. Oh, jetzt ist er weg. Oh, was denn jetzt, ey? Das ist jetzt doof. Also, ich glaube, er leugnet da sozusagen sein, äh, sein Hobby oder das, was er macht. Und ist nur noch irgendwie für die Justiz zuständig. Mal fragen, was der Herr, ähm, der Herr Doc sagt. Der Herr Emmett Braun. Also, unser wohlbekannter Dark. Zottelgrauen haben. Psst, Doc! Morty! Wie geht der Erschungsspran? Also, er glaubt es nicht, dass er so upstraight ist, also so direkt und in der Judisterei verwurzelt ist. Dann fragen wir ihn, äh, er sei kein Wissenschaftler. Ich versuche ihn zu fragen, aber er sagt, er ist nicht ein Wissenschaftler. Was? Was? Oh, Vater. Was hat er zu tun mit dem? In 1931, ich war immer schrecklich 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 von meinem Vater herauskennen, und er sprach die Wahrheit über meine scientifische Predilektionen. Also, ich habe sie vorsichtig unter Rappen gehalten, praktisch die Wissenschaftler an hohen Stunden, weg von seinen prüenden Augen. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Das tut mir leid, aber er spricht selber mit sich selber. You seem really dedicated to the law. You know, you're younger self seems really dedicated to the law. It's a facade, I assure you. I had to keep up appearances to appease my father. What do I do to convince Teen Doc that I'm not a spy? I'm not sure. Why does your younger self mutter all the time? Muttering? Why would I be muttering? I never mutter unless... The Hill Valley Expo! The Expo? Yes, the Expo. How could I have forgotten? In a few months, the younger me will put on a demonstration at the Hill Valley Exposition, my first public foray into the world of science. Everyone in town will be there, including a number of noted inventors who shaped my career. So, it was a big success? No, it was a miserable failure, but it was a spectacularly miserable failure. One which marked by transition from an amateur grad scientist into a professional seeker of truth. Also, schauen wir nochmal. Ich kann nicht alles übersetzen, aber ich glaube, es geht darum, dass er auf einer bevorstehenden Expo irgendwas wissenschaftlich vorstellt und das so in die Hose geht, dass es dann noch die Runde macht. Wo ist die Expo? Ach ja, genau. Was das Expo hat mit dem Motoring all the time? Wenn ich noches war, ich verletzte Stress, um zu arbeiten auf komplexe, Mathematische Konkundroms zu arbeiten. Ich weiß, dass mein Junge selbst ist auf ein Problem unverstanden ist, um in der Angelegenheit zu arbeiten, um zu arbeiten, in den Wochen vor der Expo. Was ich Motoring? Ich weiß nicht, um H zu dem Sumpen, wenn ich etwas anderes bin. Ich bin nicht so gut an Equations. Das ist zu schade. Ich glaube, wenn wir das Problem solchieren, er hätte eher beklärt, um zu hören. Hm. Ja, jetzt fragt er aber, was der kleine Teen-Doktor immer so sagt und, äh, oh, sorry, hat jetzt gepoppt. Can't figure out. I still can't figure out what your younger self is muttering about. Blast! If only I could hear him myself. Ja, alles klar. Ähm, der Doc sagte gerade eben, wenn ich dann wüsste, was ich denn als Junge die ganze Zeit vor mich hingeblubbert hätte, das ist doch ein Hinweis. Let's talk about your younger self's problems later. Okay, but don't forget, we're on a bit of a deadline here. Sehr gut. Also wirklich von den Conversations, also von den Dialogen her, richtig gut gemacht. Ich könnte jetzt einen Hint nehmen, aber ich habe das Gefühl, dass ich den Tab-Recorder nehme. Ja, okay. Und dass ich den, dass ich das eventuell aufnehme, was er da quatscht. Also dieser Teen-Doc. Gucken wir mal. Als erstes müssen wir den mal wieder finden, ne? Mal gucken, mal gucken, mal gucken, mal gucken, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Der ist ja im Moment mal hier in den Law-Office, das Office ist reingegangen. Schauen wir mal hier rein, mal gucken, vielleicht ist er da. I better not, those lawyers sound kind of nasty. Mhm. Okay. Ja, da ist er wieder. Zapp. Willst du mir einfach mal eine Chance? Harassungen ist ein federaler Krieg, Mr. Corleone. Okay, das hatten wir alle schon gehabt. Ach ja, wir können ja sagen, dass wir einen Statist. See, ich bin irgendwie in der Science-Business selbst, das ist das, warum ich dich ausfügt. Nicht, dass ich mich auf das wenig interessieren, weil Science ist die größte Sache aus meiner eigenen Interesse, die ist Law, aber ich glaube nicht, dass ich dich nicht glauben. Das ist wahr, ich bin Scientist. Also, sag mir etwas, Mr. Scientist, aus Ihrer großen Storchhausen von Wissenschaften. Ah, der war geil. Okay, fragen wir nochmal nach dem Rocket Drill, also nach dem Bohr. Come on, you can trust me, Doc. Emmett, it's your future, I'm looking out for. In more ways than one. What are you talking about? I'm talking about you and Science. Oh, that word again! If you insinuate, I'm a Scientist, once more, I'll show you for defamation of character. Oh, nee. Was macht man jetzt? Jetzt ist er da wieder drin. Wir werden ganz einfach mal, er macht ja wohl gleich immer so seinen Weg. Ach, da ist er wieder. Pass auf, pass auf, wir machen folgendes. Wir nehmen unser Item, beziehungsweise hier dieses Aufnahmegerät, weil er ja quatscht. Oh, think, Emmett, think. H zu der A multipliert von der Inverse von A. H zu der A multipliert von der Inverse von A. Oh, oh, oh. Schön. Okay, er ist jetzt genervt. Er ist jetzt eindeutig genervt von uns und, äh, ja. Das ist nicht so schön. Aber mal schauen, was unser Original-Doc zur Aufnahme sagt. Äh, äh, Kitchen Soup. Ja, toll. Ich, ich laufe wieder falsch. Nip, salo. Weiter, 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 weiter. Run, McFly, run. Hab ich schon gesagt, ich spiele zum ersten Mal. Duck! Ich hab dich selber aufgenommen. So, Duck, does this ring a bell? Oh, think, Emmett, think. H zu der A multipliert von der Inverse von A. H zu der A multipliert von der Inverse von A. Gut, Grief. Ist das ich? Ich kenne so... ...jung? I was gonna say, intense. I forgot how wound up I used to get. Yeah, but what are you muttering about? Oh, that's easy. It's Ivanov's conundrum. Just tell my younger self that H equals the Hamiltonian operator. Won't giving him the answer mess up the time stream? Only if it turns out that reality is actually nothing more than a holographic illusion created by the interplay of subatomic particles on a vast two-dimensional membrane. So... It'll be fine. Also, ich hab' das ja auch nicht verstanden. Das ist mir alles viel zu scientific, viel zu wissenschaftlich. Okay, ähm... What are you doing in jail? I saw my grandpa. Das sollten wir auch mal erwähnen. In der Soup Kitchen haben wir ja nochmal. Guess who I bumped into at the Soup Kitchen? My grandfather. No! Don't worry, I didn't talk to him or change his future or anything. Good! I wish I could, though. This era's Tannen is treating him like dirt. Don't worry. If history plays out as it's supposed to, he'll soon be out from under Kit Tannen's thumb and free to live out his life as a humble accountant with your grandma. What was her name again? Sylvia. Right. Sylvia. Na, ich glaube, das hatten wir, glaube ich, ne? So, wie war die Formel nochmal? What was H again? In jail hatten wir auch schon. Äh, ich glaube, Ich glaube, ich brauche einen Hinweis. Remember how Doc solved his younger cells problem? Hast du die Erinnerung, wie der Doc sein jüngeres Ich-Problem löste? Gibt's noch einen Hint? H ist der Hamilton-Operator. Pass es auf. Okay. Mhm. Also, wir gehen nochmal zurück zu unserem Jüngeren. Zu dem Jüngeren Ich von Doc. Or Emmett Brown. Und, äh. Gucken wir mal. Ah, da ist er wieder, da ist er wieder, da ist er wieder. Da, 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 da. Just give me a chance. Harassments of federal crime, Mr. Corleone. So. Maybe H equals the Hamiltonian Operator. What did you just say? I said maybe H equals the... Hamiltonian Operator? Yeah. Great Scott! If H is the Hamiltonian, then H to the A multiplied by the inverse of H can only be the same as the expectation value for A. Ha ha! That's it! That's the solution to Ivanov's conundrum, the problem I've been wrestling with in my head all week! I'm sure you would have figured it out by yourself in a day or two. The way you figured out how to build that rocket-powered drill. Where did you learn so much about science? I read about you's word. Oh, exactly. I'm from the planet Vulcan. Well, it's like this. Do you know about my rocket-powered drill? Then there can only be one explanation. What? You're from the patent office. I confess I didn't quite know what to expect when I sent the paperwork, but I never expected this. Welcome! I'm at your service. What can I do for you? Aha. Wir haben sein Vertrauen drin. In dem ich sagte so von wegen, ich bin vom Planeten Vulcan. Herrlich. I need your rocket drill. I really need your rocket drill. I really need your rocket drill. Okay. Can I see your rocket-powered drill? Of course, of course. Naturally, it's just a scale model, but it's nearly operational. Oh Gott, er hat nur ein Modell davon und nicht das Original. Also kein völlig komplett 1 zu 1 Modell. Oh Gott, was machen wir denn jetzt? Now it's no good. I need to see a full size model. That's fully operational. Tonight. Otherwise we'll have to award the patent to a competing adventure. Dr. McCoy. It can't be done. I mean, it might be possible to construct a full size working model in that time frame, but I haven't got the main ingredient for the fuel. I'll get it for you. What is it? A hundred and ninety proof grain alcohol. And you know how difficult it is to get a hold of alcohol these days. Especially now that someone's blown up the speakeasy. And besides, there's no way I can get off work until I've delivered this subpoena. It's part of the investigation into the business affairs of Kid Tannen. Is it vitally important you see that rocket-powered drill today? Yes. Is it vitally important you deliver that subpoena today? Yes! Listen, I'll help you deliver it and I'll see to what you get the alcohol you need. It'll help you get that drill finish by tonight. Deal? Deal. Here's a subpoena. I've got a subpoena on my grandpa. It's Kid Tannen. Hey, I just saw him at the soup kitchen yelling at Arthur McFly. I'm not surprised. Arthur does the books for his business. What kind of business? That's what the DA is trying to find out. Let's go talk to him. No! Why not? Kid Tannen can tell us where Arthur's hiding. Yeah, well, he can also have a spit in for a Chicago overcoat. Oh, God. Okay, das war jetzt ein bisschen viel. Ich weiß nicht, was subpoenas ist. Und das werde ich in der nächsten Folge mal aufklären, was subpoenas sind. Also, es geht darum, dass diese raketenbetriebene Bohrmaschine einen ziemlich reinen Alkohol braucht. Und da wir uns in der Prohibitionszeit befinden, kommt man sehr schlecht an Alkohol. Und deswegen ist der Typ da hinten hier, Kid Tannen, dem gerade hier unterwürfigst die Schuhe geputzt werden, wahrscheinlich wohl irgendwie unser Anlaufpunkt, um halt eben um an diesen hochprozentigen Alkohol zu kommen. Also, bis zum nächsten Mal. Stay tuned. Gebt mir einen Daumen. Die wollen den Hund noch ein bisschen knuddeln. Sorry für diesen kleinen Witz, aber der musste mal sein. Ja, bis zum nächsten Mal. Abonniert mich und schaut auch weiter rein. Und vielen Dank, dass ihr bis hierhin angeschaut habt, was hier gerade eben abgelaufen ist. Einie, nicht da hinten an den Baum pinkeln. Tschüss. Ah,해야 geht's. Vielen Dank.